Wir sind jetzt hier in Kolodry hochgegangen und falls ihr denkt, wir spinnen oder so, weil wir hier im Winter hochgehen, das ist ja viel zu kalt, das hat hier jetzt 8 Grad oder so. Aber das ist was ganz anderes als in Deutschland 8 Grad, weil hier ist es so ein trockenes Klima, da kommt einem das ganz warm vor. Wir sind jetzt noch zum Gipfelkreuz hochgelaufen und die Sonne ist auch noch rausgekommen. Wir blenden euch noch Bilder vom Aufstieg ein und wir haben jetzt auch noch ins Gipfelkreuz geschrieben, ins Gipfelbuch geschrieben, da blenden wir euch auch noch ein Bild ein. Eigentlich müssen wir jetzt noch da hinten lang gehen, wenn wir normal runter gehen wollten, aber wir gehen jetzt hier lang zum Montecolt, das habt ihr auch schon auf dem Eintrag vom Gipfelbuch, da habt ihr es auch schon gesehen. Jetzt sind wir auf den Montecolt hochgegangen, aber anscheinend hat der hier kein eigenes Gipfelkreuz, wir gehen jetzt wieder zurück zum Klettersteig. Wir sind jetzt gerade vom Montecolt runtergekommen, jetzt sind wir wieder bei der Abzweigung zum Kolossi und zum Klettersteig, der Klettersteig wird uns gleich nach unten führen. Wir sind jetzt hier am Einstieg zum Klettersteig vom Montecolt, der wir jetzt auch runter führen, vielleicht hört ihr auch das Zwischen vom Strom an. Wir sind jetzt hier am ein, ich bin ja bei der Abzweigung.